Hallo und herzlich willkommen bei Geschichte Lernen Leichtgemacht. Mein Name ist Philipp und in diesem Video erkläre ich euch die Berlin-Krisen und den Bau der Berliner Mauer. Warum war Deutschland und insbesondere Berlin immer wieder ein Zankapfel zwischen Ost und West? Welche Interessen gab es bei der Teilung Deutschlands? Wie kam es zur Berlin-Blockade? Was versteht man unter der zweiten Berlin-Krise und dem Khrushchev-Ultimatum? Wie kam es zum Mauerbau? Diese und noch einige Fragen mehr werde ich euch in den nächsten Minuten beantworten und wie immer kurz, kompakt und vor allem verständlich die wichtigsten Fakten erklären. Jetzt geht's los! Um die drei Berlin-Krisen, also die Berlin-Blockade, das Berlin-Ultimatum Khrushchevs und den Mauerbau zu verstehen, ist es wichtig, die Situation in Deutschland selbst zu verstehen und vor allem den Kalten Krieg und die Interessen seiner Hauptakteure zu beleuchten. Nur so wird auch klar, warum Berlin bzw. Deutschland einer der heißen Brennpunkte des Kalten Krieges war. Doch noch einmal etwas kurz zurück in der Zeit. Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1945 in vier Besatzungszonen eingeteilt, die von der jeweiligen Besatzungsmacht verwaltet wurden, also von den Franzosen, von den Amerikanern, von den Briten und den Sowjets. Die höchste Regierungsgewalt hatte der alliierte Kontrollrat inne, der in den Fragen, die das gesamte besetzte Gebiet betrafen, entscheiden sollte. Die ehemalige Reichshauptstadt Berlin wurde ebenfalls in vier Besatzungszonen eingeteilt, lag geografisch aber vollkommen in der östlichen, in der sowjetischen Zone. Die Besetzung war von vornherein eigentlich nur als eine Übergangsphase angedacht, bis Deutschland als souveräner Gesamtstaat auf dem Gebiet aller vier Besatzungszonen wiederhergestellt wurde. In diesem Prozess sollte dann auch ein Friedensvertrag zwischen den Siegermächten und Deutschland geschlossen werden. So weit die Theorien. Doch wie uns die Geschichte gezeigt hat, kam es anders. Der Grund dafür war, dass die Subten, die Siegermächte, gegensätzliche Interessen hatten und der Kalte Krieg seinen Schatten über Deutschland warf. Den Westen sorgte vor allem die Politik Stalins, der in der von der Roten Armee besetzten Gebiete in Osteuropa kommunistischen Regimen an die Macht verhalf und den Iran, Griechenland und die Türkei massiv unter Druck setzte. Die Annahme lag daher nahe, dass Stalin dieselbe Politik auch in Deutschland fahren würde. Und bei Deutschland war man sich einig, dass Deutschland politisch, wirtschaftlich und strategisch viel zu wichtig war, um die Sowjets gewähren zu lassen. Denn wer Deutschland kontrolliert, der kontrolliert Europa, so hatte angeblich Lenin einmal gesagt. Als Reaktion auf den sowjetischen Expansionismus begannen die USA im Jahr 1947 ihre Containment-Politik und US-Präsident Harry S. Truman formulierte die sogenannte Truman-Doktrin. Im Wesentlichen ging es darum, dass die USA eine weitere Ausbreitung des sowjetischen Einflusses auf andere Länder eindämmen würden und dem sowjetischen Imperialismus entschieden entgegentreten würden. Damit war auch die Anti-Hitler-Koalition endgültig auseinandergebrochen, die die Alliierten Jahre zuvor noch vereint hatte und der Konflikt zwischen Ost und West offen ausgebrochen. Was bedeutete dies nun für das besetzte Deutschland? Für ein Ende der Besatzung und für die Wiedererrichtung eines souveränen deutschen Staates brauchte es die Einigkeit der vier Siegermächte. Doch durch den Ost-West-Konflikt war eine solche Einigung nun sehr schwierig, wenn nicht unmöglich geworden. Bei der Außenministerkonferenz in London im Dezember 1947, bei der es eben eine Lösung dieser Deutschlandfrage geben sollte, wurde es deutlich, dass es keine Einigung geben würde. Die Konferenz wurde ergebnislos abgebrochen. Zu unterschiedlich waren die Ansichten und die Interessen der Siegermächte. Nachdem keine Einigung in Sicht war, trafen sich die Vertreter der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der Benelux-Staaten als direkte Nachbarländer der drei Westzonen zur Londoner Sechs-Mächte-Konferenz im Februar und März 1948. Die Sowjets wurden zu dieser Konferenz nicht eingeladen. Im Grunde ging es bei der Sechs-Mächte-Konferenz dann darum, einen politisch-wirtschaftlich nach Westen orientierten, demokratischen deutschen Staat auf dem Gebiet der drei westlichen Besatzungszonen zu gründen. Natürlich waren die Sowjets von diesem Vorgehen alles andere als begeistert, strebte Stalin ja ein geeintes, neutrales Deutschland an. Natürlich mit dem Hintergedanken, dieses dann früher oder später in den sowjetischen Einflussbereich ziehen zu wollen. Und das natürlich wollte der Westen mit allen Mitteln vermeiden. Als nun bei einer Sitzung des Alliierten Kontrollrats am 20. März 1948 die Sowjets Auskunft verlangten, was nun das Ergebnis dieser Sechs-Mächte-Konferenz gewesen wäre und hier keine Auskunft bekamen, verließen sie den Alliierten Kontrollrat. Damit war diese gemeinsame Regierungsinstanz der Siegermächte blockiert und unfähig Beschlüsse zu fassen. Und damit war praktisch die gemeinsame Politik der Sieger in Deutschland Geschichte und vor allem gescheitert. Nachdem die Zusammenarbeit zwischen den Westalliierten und den Sowjets in der Deutschlandfrage im Frühjahr 1948 offensichtlich gescheitert war, legte man nun einseitig auf westlicher Seite die Weichen zur Gründung eines deutschen Staates, auch wenn dies die Teilung Deutschlands bedeutet hätte. Das war ein Risiko, das man bewusst einging. Zu Beginn dieses Prozesses stand der wirtschaftliche Wiederaufbau der Westzonen, die auch am Marshallplan teilnahmen. Zuerst wurden zwischen der britischen und der amerikanischen Zone ein einheitlicher Wirtschaftsrahmen geschaffen, dem dann auch die französische Zone beitrat. Am 20. Juni 1948 erfolgte in den drei Westzonen eine Währungsreform, im Zuge derer die Deutsche Mark, also kurz die D-Mark, als neue Währung eingeführt wurde. West-Berlin blieb davon noch ausgenommen und dort wurde weiterhin mit Reichsmark wie in der restlichen sowjetischen Besatzungszone bezahlt. In der Währungsreform sahen die Sowjets aber einen klaren Bruch des Potsdamer Abkommens, wonach Deutschland als eine wirtschaftliche Einheit zu wahren sei. Und mit zwei unterschiedlichen Währungen war das ja kaum möglich. Zudem befürchteten sie ein Durchsickern von Millionen von im Westen nun überflüssigen Reichsmark, die in ihrer Zone aber weiterhin noch gültiges Zahlungsmittel haben. Das hätte eine massive Inflation bedeutet und die sonst schon schwache Wirtschaft in der Ostzone schwer in Bedrängnis gebracht. Daher blockierten sie unverzüglich alle Zugänge zwischen den Westzonen und Berlin und drohten mit Sanktionen, damit in Berlin alleinig die Reichsmark als Zahlungsmittel bleiben würde. Und ihre Drohungen machten die Sowjets dann auch wenige Tage später klar und setzten sie auch in Taten um. Am 24. Juni 1948 stoppten die Sowjets die Belieferung Westberlins mit Strom und blockierten die Autobahn, Zug- und Fährverbindungen nach Westberlin. Die Berlinblockade und damit die erste Schlacht des Kalten Krieges, wie sie auch genannt wird, hatte damit offiziell begonnen. Stalin wollte die verfahrene Situation in der Deutschlandfrage und die Konfrontation mit den Westmächten nutzen um seine Interessen in dieser Angelegenheit durchzusetzen. Und diese waren, wie ich bereits erwähnt hatte, ein geeignetes, neutrales Deutschland, das dann auch irgendwann einmal unter sowjetischen Einfluss stehen sollte. Stalin gab dem Westen unmissverständlich zu verstehen, dass er die Blockade so lange durchführen würde, bis der Westen die Beschlüsse aus der Sechs-Mächte-Konferenz und damit die Schaffung eines westdeutschen Staates zurücknehmen würde. Zudem wollte er die Eingliederung Westberlins in die Ostzone haben und damit auch den Abzug der dort stationierten Soldaten der Westmächte. Würde er dann erst einmal Berlin kontrollieren, würde der Rest Deutschlands auch bald folgen. Auch den Westmächten war klar, dass ein Verlust von Westberlin dem Verlust Deutschlands und somit Europas gleichkommen würde. Daher waren sie entschlossen, sich der sowjetischen Erpressung entgegenzustellen. Doch wie sollten sie nun diese 2,2 Millionen Westberliner versorgen und nicht vor den Sowjets einknicken? Als einzige Möglichkeit zur Versorgung der Stadt blieben 3 Luftkorridore, die die Sowjets den Westalliierten zur Versorgung ihrer Besatzungszonen in Westberlin Ende November 1945 schriftlich zugesagt hatten. Der Kommandiere US-General Lucius D. Clay befahl daher am Tag nach Beginn der sowjetischen Blockade die Errichtung einer Luftbrücke zur Versorgung der Stadt und ihrer Einwohner. So richtig sicher war man sich allerdings nicht, ob diese Aktion auch den gewünschten Erfolg bringen würde und ob man genügend Lebensmittel und Brennmaterial nach Westberlin über diese Luftbrücke befördern könnte. Doch sowohl die Westmächte als auch die Westberliner Bevölkerung selbst waren entschlossen, die abgerieselte Stadt zu halten und vor allem dort durchzuhalten. Die Sowjets hingegen waren sich sicher, dass spätestens im Winter die Luftbrücke versagen würde und der Westen aufgeben müsste. Also man vertraut ja hier auf Generalwinter. Denn dann würde ja eines klar sein, es würden weniger Maschinen der Westalliierten starten können aufgrund des Winterwetters und der Vereisung und andererseits würde auch der Bedarf in der Stadt selbst an Lebensmittel und Brennmaterial deutlich steigen. Doch ein überdurchschnittlich milder Winter kam den Westberlinern zu Hilfe und die Luftbrücke hielt stand. Um ihrerseits dann die Sowjets unter Druck zu setzen, blockierten die Westmächte seit September 1948 die Ausfuhr wichtiger Güter für die ostdeutsche Wirtschaft. Diese befand sich sowieso schon in einem schlechten Zustand, der sich damit weiter verschärfte. Das Embargo zeigte seine Wirkung und der Unmut in der ostdeutschen Bevölkerung stieg an. Ab dem Jahr 1949 verließen monatlich Zehntausende, also jeden Monat mehr oder weniger eine Kleinstadt und das waren meist gut ausgebildete Deutsche, den Osten Richtung Westen, wo durch den Marshallplan und den wirtschaftlichen Aufschwung die Lebenssituation deutlich besser war. Als Stalin dann merkte, dass der Westen nicht nachgeben würde in der Berlin-Frage und sein Erpressungsversuch damit fehlgeschlagen war und die Wirtschaft in der sowjetischen Besatzungszone, also im Osten, immer weiter in Schieflage geriet, beendeten die Sowjets am 12. Mai 1949 die Blockade. Stalin hatte damit nicht nur die erste Schlacht des Kalten Krieges verloren, sondern mit der Blockade sicherlich einen seiner schwersten Fehler begangen. Denn für die Deutschen waren aus den westlichen Besatzern nun Verbündete geworden und die Sowjets waren die Bösen. Die Sowjets waren zur Bedrohung geworden. Der Welt hatte auch der Erpressungsversuch Stalins die imperialistischen und aggressiven Absichten der sowjetischen Außenpolitik vor Augen geführt. Und nicht zuletzt gründeten aufgrund dieser Erfahrung zehn europäische Staaten gemeinsam mit Kanada und den USA die NATO als ein kollektives Verteidigungsbündnis, das gegen die Sowjetunion gerichtet war. Die Berlin-Blockade war zwar abgewendet, aber die Deutschlandfrage war damit lange noch nicht gelöst. Im Gegenteil, die Krise hatte die unüberwindbaren Gräben zwischen Ost und West nur noch deutlicher aufgezeigt. Deutschland war nach 1949 in zwei Staaten geteilt. Jedoch hatten sowohl in der BRD als auch in der DDR weiterhin die Besatzungsmächte das Sagen. Also beide Staaten waren noch nicht souverän. Da der Westen aber mit einer in seinen rein eingegliederten BRD gut leben konnte, ging man mit dem sogenannten Deutschlandvertrag dort den nächsten Schritt. Mit diesem Vertrag sollte nämlich die volle Souveränität der Bundesrepublik wiederhergestellt werden und das Besatzungsregime der Westalliierten beendet werden. Das war natürlich auch nicht ganz uneigennützig, denn der Westen wollte, dass die BRD auch einen Beitrag zur allgemeinen Verteidigung leisten sollte. Als nun am 26. Mai 1952 der Deutschlandvertrag in Bonn unterzeichnet wurde, nahm die DDR-Regierung dies zum Anlass, um die innerdeutsche Grenze abzuriegeln. Vor allem ging es der DDR darum, die Fluchtbewegung ihrer Bürgerrichtung Westen zu unterbinden, da diese Ausmaße angenommen hatte, die für die DDR existenzbedrohend wurden. Jedes Jahr verließen hunderttausende Deutsche die DDR. Allein von 1949 bis zum Mauerbau waren es etwa 2,6 Millionen Menschen. Nur Berlin blieb den Emigranten nach der Grenzsperrung durch die DDR als Schlupfloch in den Westen. Mehrmals bat daher die DDR-Regierung, die Sowjets, die dort natürlich noch die Kontrolle hatten, an den Sektorengrenzen nach West-Berlin Kontrollen einzuführen. Doch die Sowjets lehnten mit dem Hinweis, dass dies die Wirtschaft der Stadt komplett aus den Angeln heben würde, ab. Zudem verfolgten die Sowjets immer noch ihre Wiedervereinigungspolitik. Im Jahr 1955 erlangte die BRD durch den Abschluss der Pariser Verträge ihre Souveränität. Die Bundeswehr wurde gegründet und die BRD trat der NATO bei. Das war für die sowjetische Politik natürlich ein Super-GAU. Stalins Nachfolger Nikita Khrushchev startete daher einen erneuten Versuch, die Deutschlandfrage zu lösen. Im November 1958 forderte er, dass die Westmächte aus Berlin abziehen sollten und Berlin in eine eigenständige und entmilitarisierte freie Stadt umgewandelt werden sollte. Würde der Westen dem nicht nachkommen, so würde die Sowjetunion ihre Rechte in Berlin an die DDR übertragen und das würde, wie man sich schon ausdenken konnte, die vollständige Abregelung der Stadt bedeuten. Was dann in weiterer Folge zu einem Konflikt, wenn nicht sogar zu einem Krieg führen könnte. Sowohl die NATO als auch die Bundesrepublik und der Kanzler Konrad Adenauer ließen sich von Khrushchevs Drohung nicht einschüchtern. West-Berlin gehöre zum Schutzbereich der NATO und sei Teil der Bundesrepublik Deutschland, so die Antwort Richtung Moskau. Als Khrushchev merkte, dass seine Drohung wenig Wirkung zeigte, legte er im Jänner 1959 nach, indem er den Abschluss eines Friedensvertrages für Gesamtdeutschland forderte. Sein Entwurf sah die Anerkennung beider deutscher Staaten und deren Neutralisierung vor und Berlin sollte, wie schon wenige Monate zuvor gefordert, eine freie Stadt werden. Er setzte dafür ein sechsmonatiges Ultimatum und würde es keine Ergebnisse geben, so würde die Sowjetunion der DDR die volle staatliche Souveränität gewähren, mit ihr einen separaten Friedensvertrag abschließen und damit die Kontrolle über Ost-Berlin unter Grenzen der DDR überlassen. Doch auch diese Drohung verhallte im Westen. Mit US-Präsident Eisenhower würde es in der Berlin-Frage keinen Kompromiss geben. Als im Jahr 1961 ein neuer US-Präsident John F. Kennedy an die Macht kam, unternahm Khrushchev einen erneuten Anlauf, um die Deutschlandfrage zu lösen. Am 3. und 4. Juni 1961 trafen sich die beiden Staatsmänner in Wien. Khrushchev glaubte, den Jungen und wie er meinte, politisch Unerfahrenen Kennedy einschüchtern zu können, indem er in Wien seine Forderungen hinsichtlich der Lösung der Deutschlandfrage, die er schon in seinem zuvor formulierten Ultimatum von sich gab, erneuerte. Kennedy reagierte auf die erneuten Forderungen Khrushchevs mit den Three Essentials. Am freien Zugang nach Berlin, an der Anwesenheit der Westmächte in der Stadt und an der Wahrung der Sicherheit und Rechte der Bevölkerung Westberlins darf nicht gerüttelt werden. Doch die US-Regierung war nun bereit, den Zankapfel Berlin und den daraus resultierenden Krisen einen Riegel vorzuschieben. In geheimen Gesprächen signalisierten die USA den Sowjets, dass sie der von der Sowjetunion seit 1955 vertretenen Zwei-Staaten-Lösung zustimmen würden, sofern ihre Rechte, also die Three Essentials, an Berlin nicht angerührt würden. Der Mauerbau wurde gar als eine Lösung der Berlin-Krise und somit als eine Möglichkeit der Entspannung in Europa im Kalten Krieg gesehen. Damit versiegelte der Westen eigentlich endgültig die Teilung Deutschlands in zwei Staaten und hinterging bewusst den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland. Entsprechend groß war dann die Empörung bei den Politikern und der Öffentlichkeit in der Bundesrepublik, als der Westen nichts unternahm, als am 13. August 1961 die DDR mit dem Bau der Berliner Mauer begann. Die Deutschen mussten sich den übergeordneten Interessen der USA und der Sowjetunion beugen und die Teilung Deutschlands hinnehmen. Denn weder die USA noch die Sowjetunion wollten wegen Berlin bzw. wegen den Deutschen, die sie wenige Jahre zuvor noch gemeinsam bekämpft hatten, einen Atomkrieg führen. Die Abschottung der DDR durch die Berliner Mauer ging dann ohne größere Zwischenfälle voran. Kanzler Adenauer und Berlins Bürgermeister Willy Brandt kritisierten den Mauerbau zwar scharf, riefen aber auch gleichzeitig der Bevölkerung zur Ruhe und Besonnenheit auf. Die USA unternahmen nur atmosphärische Aktionen, indem sie etwa ihre Garnison in der Stadt um eine Kampfgruppe von etwa 1.500 Mann erhöhten. Lediglich am 27. Oktober 1961 kam es zu einer gefährlichen Konfrontation beim Checkpoint Charlie, als sich aufgrund von Unstimmigkeiten amerikanische und sowjetische Panzer gegenüberstanden. Etwa zwei Jahre nach dem Baubeginn der Mauer besuchte dann US-Präsident Kennedy 1963 West-Berlin und hielt seine bekannte Rede, die er mit den Worten, ich bin ein Berliner, Abschluss. Dies bedeutete den West-Berlinern viel, angesichts der Akzeptanz der Mauer durch die USA. Für die DDR bedeutete die Mauer eine Stabilisierung des gesamten Staates. Also in der DDR war man heilfroh, dass man sich nun endgültig abschotten konnte. Denn die systemkritische Abwanderung, die von den Deutschen auch als eine Abstimmung mit den Füßen gegen den Kommunismus in der DDR bezeichnet wurde, konnte nun unterbunden werden. Die Zwei-Staaten-Lösung wurde vom Westen de facto anerkannt. Mit dem Bau der Mauer war die Teilung Deutschlands nun sprichwörtlich in Beton gegossen worden und ein großer Konfliktherd des Kalten Krieges damit entschärft worden. So, das waren nun die wichtigsten Infos zu den Berlin-Krisen und zum Mauerbau. Schaut euch auch mein Überblicks-Video zum Kalten Krieg an, dann erfahrt ihr noch mehr zu diesem Thema. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo meines Kanals oder über eine Weiterempfehlung. Nutzt auch die Kommentarfunktion, wenn ihr etwas anzumerken habt. Ich freue mich darüber. Bis zum nächsten Mal.